Hallo und willkommen zum Video, meine Damen und Herren zu Star Wars Episode 3, die Jahre der Siv. Statistiken, Erscherstrahlung in dem deutschen Kino seit 19.05. Brunschungsstudios, Buchesfilm, 20 Centuristudios. Einspielergebnis, 7,98,36 Millionen Euro und Brunschungskosten, 3,88 Millionen Euro. Gewinn, 6,94,48 Millionen Euro. Kurz zur Story des Films. Seit drei Jahren tobt der Krieg zwischen den Separatisten und der Republik. Anakin, der Angst hat, nachdem er seine Mutter verloren hat, auch Padme zu verlieren und das Misstrauen gegenüber dem Jedi-Orden führen ihn immer weiter zur dunklen Seite. Der Kanzler wird von den Separatisten entführt und nun müssen Anakin und Obi-Wan den Kanzler befreien. Nun zu meiner Meinung, die Schlacht am Anfang zwischen den Separatisten und der Republik war spannend und episch. Ich fand es von Obi-Wan nicht gut, dass Anakin verweigert, einem Klon zu helfen, der in Not ist. Denn jeder Soldat ist wichtig. Und auch, dass die Bastroiden Obi-Wan Probleme bereiten, zeigt, dass auch diese Droiden gefährlich sind. Und auch, dass Anakin sich an der Kante festhält und die Droiden nicht auf ihn schießen, fand ich einfach nur dumm von den Droiden. Und auch, dass R2-D2 einfach so zwei Superkampfdroiden besiegt, fand ich auch nicht wirklich gut. Der Kampf zwischen Doku, Anakin und Obi-Wan war ganz gut gemacht. Nur besiegt Anakin Kamunduku viel zu leicht und verstößt gegen den Krolex der Jedi und tötet einen unbewaffneten Mann. General Grievous ist in diesem Film eine Lachnummer und ein Feigling. Die Clone Wars ist ja viel besser. Wie Anakin das Schiff landet, fand ich richtig gut. Doch Anakin hätte merken sollen, dass was mit dem Kaiser nicht stimmt, weil er wollte, dass Anakin Doku tötet und Obi-Wan zurücklassen soll. Man versteht die Angst, Anakin Padme zu verlieren und seine Albträume bestätigen seine Angst. Und dass Anakin nicht zum Wagen eines Jedi-Meisters ernannt wird, fand ich nicht gut. Denn so würde Anakin dem Rat weniger misstrauen. Und wie dann mal ist, Palpatine richtig schlauer als Anakin verrät, dass die Jedi eine Verschwörung gegen ihn planen und somit Anakin Misstrauen gegenüber dem Rat verstärkt. Ich glaube sogar, dass Palpatine den Tod von General Grievous geplant hat, weil dieser ihn nachdem er zum Imperator werden würde, nur im Weg stehen würde. Ich fand es nicht gut von Grievous, dass er die Droiden Obi-Wan nicht angreifen sollen. Dass er die Droiden befiehlt, Obi-Wan nicht anzugreifen. Denn gegen die vielen Droiden hätte Obi-Wan keine Chance. Es wäre viel schlauer gewesen, wenn Grievous zusammen mit seinen Droiden gegen ihn kämpft. Der Kampf zwischen Obi-Wan und Grievous ist nicht wirklich gut gemacht. Zersprallt Grievous mit der Ausbildung von Kanduku. Doch dann hat er im Kampf gegen Obi-Wan keine Chance und flieht wieder wie ein Feigling. Der Kampf zwischen den beiden ist nicht wirklich gut und Grievous begeht den Fehler, Obi-Wan mit den Fäustern zu greifen, statt mit dem Blaster. Und somit besiegt Obi-Wan ihn mit zwei Schüssen mit dem Blaster. Palpatine wird von den Jedi angegriffen und stößt dabei einen Schrei aus, der die Jedi laut Star Wars Stories einschüchtert und kurz schockt. So kann er gleich zwei leicht ausschalten. Der Kampf zwischen Palpatine und Mace Windu ist spannend und gut gemacht. Ohne die Hilfe von Anakin hätte Palpatine verloren. Nachdem Palpatine Windu tötet, unterwirft Anakin sich vor ihm. Das ging mir viel zu schnell und ist unverständlich. Und die Order 66 ist das Klügste, was Palpatine je befohlen hat. Denn Jedi haben gegen die Krone keine Chance. Es war schlau, von Obi-Wan mit Palpatine zu sprechen. Denn so führt Obi-Wan zu Anakin. Das Padme Anakin misstraut war verdient. Der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin ist spannend und gut gemacht. Und die Musik sorgt für eine epische Atmosphäre. Auch der Kampf zwischen Yoda und Darth Scythe ist spannend und gut gemacht. Doch Anakin ist zu leichtsinnig und wird von Obi-Wan besiegt. Die Verwandlung von Anakin zu Darth Vader ist richtig gut gemacht. Und man hört das bekannte Atmen. Der Tod von Padme gibt ihnen den Rest. Die Prequel-Trilogie von Padme ist emotional und gut gemacht. Der Film ist meiner Meinung nach der beste Teil der Prequel-Trilogie. Und Palpatine ist auch in dieser Trilogie der beste Storke. Und es ist sogar ein Film, wo das Böse gewinnt. Nur Kanduku und General Revis wurden viel zu leicht besiegt. Und auch die Unterwerfung von Anakin zu Palpatine ging mir viel zu schnell. Das war es schon wieder. Mein Name zu Star Wars Episode 3, Diache der Sif. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.